Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play One Piece Pirates Warriors Yeah Wir müssen jetzt Ace retten, also wir haben ihn gerettet, allerdings müssen wir jetzt mit ihm fliehen und uns mit Whitebeard wieder vereinigen Und von daher müssen wir unten ins letzte Gebiet rein Und das werden wir jetzt auch gleich mal machen Mein Gott hier geht's ab, aber wir sehen schon wir haben sehr viel von der Marine geschlagen Und hier ist noch ein Anführer, Hallöchen Na, ich mach dich platt Oh oh Akawashi Ich glaub der wird so ausgesprochen, oder? Ich hab keine Ahnung Leute, ganz ehrlich Ich hab's nicht so mit japanischen Namen Nein, ich bin schon wieder zu Eis gefroren Ey Ace, wo bist du Ace? Ganz ehrlich, ich brauch dich Weil, ne, Feuer und Flamme, ne? Ah, Whitebeard, hilf du mir halt, ist mir doch egal Aber jetzt wird's natürlich einfacher Weil, wir wissen noch alle, was ich gegen ihn für Probleme hatte Ja, Ace, du machst jetzt auch nochmal mit Und von daher passt das dann schon Was zum Manker, komm her Los Wir kloppen einfach auf dich ein und dann passt die Schose Ace, hier spielt die Musik, ne? Nur mal so Wo ist der? Wo ist der Typ? Hallo? Ach, da Okay Ah, da, wir haben was Komm her Komm noch her, Mann Wo sind die alle? Hä? Ah, da Nein Was soll denn der Mist? Oh Gott Whitebeard Du bist ja nicht geschlagen, oder? Also, komm schon Du wirst kämpfen Na Komm schon her, Mann Du bist doch feige jetzt Ganz ehrlich So kann's ja nicht weitergehen mit dir Also Down Down Under Ja, weggekloppt Ja, wir haben alle besiegt, ne? Ah, wir haben ja Das ist Oh Ich Ich ghost Oh Feels Oh Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 levelt. Richtig episch. Ruffy steigt nochmal. Alles klar. Richtig episch. 最後にそう言い放ち、立ったまま絶命した白ひげの背中には、一つの逃げ傷も残されてはいなかったという。 その後、白ひげを打ち取った黒ひげマーシャル・ビーピーチは、謎の特異体質によって白ひげからグラグラの実の能力を吸収、マリンフォードを沈めようと暴れ出す。 一方で、海軍の三大将は攻撃の手を緩めることなく、ルフィを逃がそうとする海賊たちに襲いかかる。 泥沼と化した戦場に、やがて一隻の海賊船が現れた。 それは、かつて少年だったルフィに麦わら帽子を預けた男、赤髪のシャンクスの船だった。 新世界に君臨する四甲の一人、シャンクスの突然の介入により、黒ひげ海賊団は撤退を余儀なくされ、海軍本部減衰戦国も、これ以上戦い続けることの無益を悟り、全軍に終戦を宣言。 かくして、大海賊時代が始まって以来、最大の戦いとなったマリンフォード頂上戦争は、ここに幕を閉じた。 ジンベイラの尽力によって戦場を脱していたルフィは、渾水状態に陥りながらも一命を取り留め、再びニョウガ島にかくまわれ、しかし目覚めてもなお、エースを失った悲しみから立ち直れず、ルフィは苦悶し続けていた。 何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。 ルフィ君。 向こうへ行け。一人にしてくれ。 そういうわけにもいかん。これ以上、自分を傷つけるお前さんを見ちゃ俺。 俺の体だ。勝手だろ。 ならば、エースさんの体も本人のもの。 彼が死ぬのも彼の勝手じゃ。 お前、黙れ。 次、何か言ったら、ぶっ飛ばすぞ。 それで、気がするなら、やってみ。 もう何も見えんのか、お前には。 どんな壁も乗り越えられると思っておった自信。 疑うこともなかった己の強さ。 それらを無情に打ち砕く。 手も足も出ぬ敵の数々。 この海での道しるべじゃった兄。 亡くしたものは多かろう。 世界という巨大な壁を前に、次々と目の前を覆われておる。 それでは一向に前は見えん。 後悔と自責の闇に飲み込まれておる。 今は辛かろうがルフィ。 それらを押し殺せ。 失ったものばかり数えるな。 無いものは無い。 確認せ。 お前にまだ残っておるものは何じゃ。 それらを仲間に持ってください。 2人は仲間がいるよ。 2人は仲間に入る。 そろ! うぞ、辛く、さんじい、ちょっぱ、ロビン、フランキー、ブルク。 Ich habe einen Arka-Mann. Ich habe einen Ort, einen Ort. Wir müssen uns gehen. Wir müssen uns gleich aufhören. Wir müssen uns aufhören. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Das war's für mich, was du in diesem Land passiert? Ich werde wieder wieder aufbauen. Ich habe ein paar Tipps. Ich werde dir das, was du, was du. Ah! Soooか! Wかったぞ! 了解 Soooか ルフィ わかった わかったぞルフィ 人の気も知らないで 勝手なんだから なるほど そういう感じに 集合は3日後じゃなく2年後 立ち止まって力をつけるんだ そしてまた必ず集結する 2年後にシャノリーショットまで 1p4 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 auch so viel Liebe, auch von den Zeichnungen her. Die HD-Grafik ist bombastisch, meine lieben Freunde. Und ja, der zweite Teil ist ja schon angekündigt für dieses Jahr. Und ich werde ihn natürlich auch zocken, meine lieben Freunde. One Piece Pirate Warriors 2 kommt mir natürlich auch auf meinen Kanal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach bombastisch gewesen, wie man Ruffy steuert und man könnte jetzt auch noch die ganzen weiteren Logs spielen. Aber dieses Let's Play findet heute hier und jetzt ein Ende. Ich bin wirklich auch enorm begeistert von der Level-Auswahl und also überhaupt von allem. Es hat mir echt so viel Spaß gemacht. Es ist schade und ein bisschen bin ich auch wehmütig, dass das jetzt schon vorbei ist. Aber auch so die Geschichten, die sie da eingebaut haben. Also welche Storylines sie verwendet haben für den ersten Teil, finde ich, sind sehr passend, sehr gut gelungen und einfach nur szeniastisch, bombastisch, umgesetzt. Hervorragend, meine lieben Freunde. Ja, wie gesagt, One Piece Pirate Warriors 2 werde ich auch blind let's playen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich lasse jetzt noch den Abspann laufen und ja, wir sehen uns dann beim Release von One Piece Pirate Warriors 2. Herzlichen Dank an Bandai Namco. Bis dann, euer Let's Play E-Gamer. 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 Los! Los!